So, Dr. Swansea. Wie ist die Lage hier? Haben Sie Lady Ashby gesehen? Ihre Beziehung zu Doris Fletcher. Sie war ein stark mutierter Skull. Doris war ein stark mutierter Skull. Almost eine neue Breed, entirely. Es ist als ob die Krankheit komplett verletzt hat sie und Körper. Highly contagious. Als ob die Krankheit hat die Krankheit kontrolliert? Von ähnlichen Fällen gehört? Okay. Okay. So, dann haben wir's. So, was brauchen wir denn für das neue Säbel? Aber das ist nicht das Schwert, was ich meinte. Aber erstmal, was haben wir denn hier? Toll. Gut, dass man das zweimal bekommen hat. Dafür hätten wir sogar alles. Mit den Schaden. Ausdauerverbrauchenden Blutpunkte auf. Ja, komm. Das ist ja schon auf dieser Stufe. So, 217 weißer Phosphor haben wir einmal jetzt. Das ist ja kaputt ist das. Will ich mich denn schon weiterentwickeln? Weil da bin der raus. Ey, da müssen wir hundertprozentig auch ins Theater, aber da können wir jetzt erstmal nicht wieder rein. Ja, das ist ein Krankenhaus. Opium. Sag mal, wenn wir jetzt alles erstmal nur in Ausdauer und dieser Blutbank reinstopfen würden, ja? Gesundheit gar nicht mal. Ich finde, das reicht eigentlich. Gleich Heilung sogar nochmal. Aber ich will die anderen Fähigkeiten auch noch. Das ist besser, nee. Auf jeden Fall diese, wo wir den Gegner lähmen. Und das Blut raussaugen, das muss mehr werden. Ich will mehr Blut haben. Blut. Ich habe das erst für Blut. Das ist despicable. Was haben wir denn da? Bewohner des West Ends, vereinigt euch. Lasst euch nicht von ihnen täuschen. Lasst euch nicht von ihnen kontrollieren. Sie sind unter uns. Sie gieren nach euren Seelen. Vampire gibt es wirklich. Beteiligt eure Gemeinde. Über deine Fluchtblätter zu Vampiren, oder haben wir hier noch was? Was hast du über Vampire herausgefunden? Sag mir, was du über Vampire herausgefunden hast, Clarence. Sie sind immer hier gewesen. Und wenn du lange genug recherchst, dann wissen, dass andere auch über diese Wälder wissen. Ich bin nicht allein. Hast du dein Wissen geteilt? Äh, dein Wissen geteilt? Hast du deine Forschung mit jemandem anderen? Nein. Aber ich habe meine Lieflöse all über die Stadt veröffentlicht, hofft, dass jemand jemanden herausgefunden wird, dass ich die Wahrheit vertreten werde. Was meinst du? Du bist nicht allein. Was meinst du, dass du nicht allein bist? Wer hast du kennst? Die Garde von Prewin. Die Bruder von St. Paul Stoll. Ichabod Throgmorton. Die Namen immer wieder aufbauen, wenn du tief in die Höhe hast. Hast du mit ihnen gesprochen? Nein. Mit der Quarantinie ist es fast nicht möglich, zu verlassenen Westend. Aber als Doktor, vielleicht du, Johnny. Du hast mich geholfen, dass du die Vampire herausgefunden hast, Clarence? Ja, Johnny. Bitte, holst du alle Informationen, du kannst über Vampire herausfinden, und sie zu mir. Du bist der einzige Freund, den ich habe. Ich brauche dich! Okay, ähm... Was für Dokumente? Irgendwas habe ich schon gefunden, scheinbar. Deine finanzielle Situation. So, die Leute werden dich auslarmen. Die Leute werden dich auslösen, wenn sie nicht auslösen. Denke über deine Frau und deine Position. Denke über deinem Zukunft. Ich verstehe meine Frau's Verlust, aber... Gossipen nicht töten, Vampire tun. Es wird kein Zukunft, wenn die Leute nicht ihre Augen öffnen. Du wirst Geld brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich dir das erzähle. Aber wenn die Leute so wichtig sind, ist das wichtig für dich, warum nicht eine effizientere Weise, um dein Geld zu spenden? Nicht wahr, dass ich versucht habe? Ich schaute an jeder Tür, ging an jeder Bank, ich versuchte sogar, zu verabschieden zu werden. Nein, Jonathan. Das ist eine Ein-Mann-Ware. Oh Mann, ey. Wie über deine Flugblätter zu Vampiren. Clarence, warum hast du die Läfler über Vampiren all across the West End? Ich muss alle über sie warnen. Sie haben schon tausende Menschen geklärt. Nichts dank der Epidemie. Wir sind alle in Gefahr hier. Vampiren in London? Kommt, Clarence. Wer wird das glauben? Ich bin nicht schade, Jonathan. Du musst mir glauben. Ich glaube, sie sind echt. Sie sind alle rund um uns, sogar als wir sprechen. Clarence, du bist immer ein rechtfertigter und ein guter Freund für mich. Wenn du sagst, dass du einen Vampiren gesehen hast, dann glaube ich dir. Danke, Johnny. Danke für deine Hoffnung. Du wirst nicht wissen, was das für mich bedeutet. Es ist alles klar. Aber wenn du meine Hilfe möchtest, dann musst du genau erklären, was passiert. Die erste Mal war es in Ruane. Ich sah einen Arbeiter, der das Blut von einem Soldat. Ich sah seine Knie. Ich sah ihn schmerzen. Es war ein Vampir, Johnny. Und sie sind auch hier. Wo ist der Vampirangriff? Clarence, erzähl mir über den Vampir, den du in Frankreich sahst. Du warst betrunken. Okay, du hast diesen Offizier nie wieder gesehen. Habt ihr diesen Offizier nie wieder gesehen? Nein. Oder die Uniform des Royal Warwickshire Regiment. Ich habe ein paar Forschungen, aber ich habe keinen Tränen von ihm gefunden. Er hat wahrscheinlich ihn von einem vorliegenden Verkaufstabend Das sind die Dokumente, die du möchtest, mich zu suchen. Ich glaube, ich habe alle die notwendigen Forschungen über Vampirangriffen gesammelt. Oh, danke, Johnny. Das wird mir helfen, die Mythen von den Fakten zu verbreiten. Ich bin nicht sicher, dass du diesen materiellen Fakten zu verbreiten kannst. Aber es ist jetzt deine. Was willst du damit machen? Erstens, ich zeige es ihnen zu Venus. Sie öffnet ihre Augen und macht sie die Importance meiner Mission zu verstehen. Du musst... Okay. So. Ja, schön. Wieder Erfahrungspunkte bekommen. Frauen in allen Ländern, zusammen! Na, hier kann man wieder looten. Betty Ashbury. Betty Ashbury. Ich muss sagen, die Gäste von Prey hat mich beeindruckt. Sie haben sie Jahre vorbereitet, ihren Plan zu verbreiten. Elisabeth, was machst du hier? Ich wurde vorhin gefragt, deinen Triumph zu verbreiten, mein Lieber. Nachher, ist es nicht der natürliche Rolle einer Frau, zu unterstützen, ihren Mann in der Krieg? Aber es ist du, die ich in die Askelons joinen. Bitte forgive meine Giddiness. Ich bin nur überraschend, von der Freude, Okay... Guten Abend. Das ist doch gerade unten, oder? Und wo ist der alte Knacker? So, einige Fragen bleiben noch. Aber einige Fragen bleiben noch. Das wichtigste ist, dass wir eine große Kampf für die Überlebung von London gewonnen haben. Dafür saluten wir Sie. Danke, mein Herr. Jetzt, ich habe eine andere Aufgabe für Sie. Eine der wichtigsten, vielleicht sogar mehr so als die vorherige. Ich höre. Es ist Zeit für Sie zu performen eine größte Aufgabe für die Klub. Ich möchte Sie einen neuen Vampire. Recruite einen neuen Vampire? Sie sind mir auf eine Art Diplomation? Nicht genau. Genau. Ich möchte, dass Sie Aloysius Dawson der Econ machen, die er sein muss. Wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen, mein Herr. Gut. Jetzt geht's. Wie würde ich mir vorgehen? Äh. Wie soll ich weiter vorgehen? Geh' ihm bloß mein Blut? Ja. Gibt es Risiken? Ja. Gibt es Risiken? Ja. 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 Wie auch immer man sich auf sowas... Warum Aloysius Dawson? Hat er mich ausgewählt? Hat er mich ausgewählt? Hat er mich ausgewählt? Gut, um deine Progenie zu werden, Dr. Reed. Besonders jetzt, dass du dir gezeigt hast, wie stark dein Linie ist, durch deine Freundin. Okay. Sie haben Lady Asprey eingeladen. Sie haben die Frau Asprey eingeladen. Würdest du das nicht ausgewählt, eine von deinen kardinalen Regeln? Keine Frauen ermöglicht. Keine Frauen ermöglicht. Nicht ermöglicht als Mitglieder, nein. Aber um die Umstände... Ich dachte, du würdest sie hier haben, um deinen Erfolg zu haben. Also es ist eine temporäre Entschuldigung. Okay. Okay. Goodbye, Lord Redgrave. Tempel Church. Würde ich jetzt einfach nochmal versuchen. Ist du okay, Jonathan? Lord Redgrave hat mir nur geordert, Aloysius Dawson zu verändern. Um ihn meine Progenie zu machen. Ich verstehe. Und wie fühlst du über das? Ich möchte deinem Hinweis über das Thema. Die echte Frage hier ist, warum hat sein Lordship dir diese Aufgabe gegeben? Denkst du, dass es eine Art Verrückung ist? Willst du wirklich wissen, was ich darüber denke? Ich mache, ja. Ich mache ein Immortal aus einem soulless Blaggard, wie Aloysius Dawson, will nur leaden zu einem Verrückung für London. Der Mann ist bereits im Hintergrund. Ich mache ich das? Vielleicht würde ich politely suggest, dass Lord Redgrave turner Mann into ein Vampire selbst. Du wirst, mein Lieber. According zu dem, was ich vor kurzem herausgefunden habe, sein Lordship könnte dich für sogar broachen. Really? Warum? Warum? Ich habe vor kurzem Beweis gefunden, dass der Herr von Bristol von weniger Lineage ist. Wollen wir nicht lieber raus in dein Zimmer gehen? Rat zu Elios Dawson. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Was würdest du machen? Der Mann ist gefährlich. Wie war das? Wie war Lord Redgrave? Redgrave? Wie ist das? Wie ist das? Wie sagt er, dass er sich die Progenie des großen Neid, William Marshall, der noch neun Jahre alt war. Das ist eine Lieche! Wie können sie sich sicher sein? Woher diese Rachsucht? Warum so vindictive? Du wunderschst, wie du wunderschst. Entschuldigung, Jonathan. Ich liebe mich dafür, aber... Ich fühle mich so sehr stolz in meinen Erdbeeren. Ich bin froh, dass ich einfach nicht helfen kann. Was ist? Er hat William Marshall geschehen. Und ja, das Blut, das er als Token betrifft, ist wirklich zu diesem Legendary Knight. Aber er war niemals seine Progenie. Seine Linie ist nicht so noble. Puh, Dawson zu einem Ekon machen. Was würde passieren, wenn ich Dawson einen Ekon wie ich? Du würdest einen kraftvollen Immortale in einen soffrenden Welt addieren. Ein Immortale, der bereits Autorität braucht. Vielleicht könnte ich ihm Kontrolle, wie du mir taught. Lied ihn auf den richtigen Weg. Herr Dawson hat sein Leben geschehen, für einen Weg, um die Todesmacht zu verletzen. Ich bin sicher, dass er Jahrzehnte träumt, wie er Eternity als Töchter verletzt hätte. Na gut, ganz ehrlich, aber im Notfall. Goodbye, my dear. Please, be careful. Da sie uns noch nicht geküsst hat, kann ich ihr nicht trauen. Nee, das ist... Weiß nicht. Hat die doch irgendwie so eigene Ziele noch? Ich bin mir da nicht so sicher. Wie gesagt, das ist nur... Es kommt mir echt so gerade vor, ne? Wenn man so ein bisschen... Jetzt mal so an die Wirklichkeit denkt, jetzt so, ne? Es gibt ja auch, ähm, ne? Weibliche Geschöpfe, die einen so ein bisschen versuchen... zu manipulieren. Ja, natürlich können das Männer auch. Natürlich. Ne? Aber so ein bisschen auf die Warmhalteplatte immer wieder ein bisschen anfüttern. Es sieht aus, dass Vampire auf die Mandels-Lahe zu verletzen, wenn sie Progenie produzieren. Ja, dann könnt ihr ja nämlich auch welche weitermachen. Ähm... Mir kommt es halt echt so ein bisschen so vor, dass ich nicht ganz sauber spiele. Keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht so gemacht haben, dass hier keine Kuss sehen kommen oder sowas. Oder ob das echt so, dass man mal nachdenken soll. Hey, ich spiele nur... So, sei still. Wisst ihr, was ich meine? Es ist vielleicht außer Spiele sich jetzt ein bisschen zu weit hergeholt, ja? Aber... Ne, trotzdem ist... Ich finde das... Ich finde das einfach... Es passt halt zu sehr... Es passt halt einfach zu sehr... Der Mann, dass jetzt auch das... Was? Bilder aber rein. Vielleicht von der Frontseite. Ey, ganz ehrlich, wenn diese andere passt, ja? Sollte der andere so wie Terz machen, dann machen wir den Kaipikvögel. Ja, also das ist jetzt ja nicht so... Alright. Kommt da nicht rein. Gut, das hat sich erledigt. Das hat sich erledigt und ich habe gedacht, wir können da jetzt nochmal reinlaufen. Vielleicht kommt das dann noch später. Aber so können wir natürlich den Auftrag noch nicht weiterführen. Das ist der letzte Auftrag, ein Nebenauftrag, den wir noch machen müssen. Hm. Ah! Ja! OJ! KÖMÄN! Scheiße! Ja! KÖMÄN! 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 Das haben wir. Wo steckt der? Dort. Ihr oder was? Betritt, Elvis Dorsons Anwesen. Das gehört alles zu seinem Anwesen hier, oder was? Den hat... nein, Quatsch. Boah, das große Gebäude ist ein Anwesen, das ist der reichste Mann. Genau. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo kommen wir denn hier rein? Wo hat er denn seinen Eingang? Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Ne, hier geht's wieder... ...runter. Ja, das Tagebuch würde ich echt gerne finden. Das... ...hatten wir. Warum nicht? Hä? Frage die Einwohner... Okay, ah, okay. Hallo wieder, Dr. Reed. So, kennen Sie Alice Dawson? Was kannst du mir erzählen, über Aloysius Dawson? Du solltest diese Frage an meinem Bruder fragen. Persönlich habe ich mich seit vielen Jahren nicht gesehen. Okay, das war nicht so viel. Okay, das war nicht so viel. Guten Abend. Hm. Was kannst du mir erzählen, über Aloysius Dawson? Ich habe gehört, das ist ein Mann, der sich für seinen Platz in der Welt für lange Zeit sucht. Ich hoffe, er hat es gefunden. Guten Abend. Okay, das hilft noch nicht. Okay, das hilft noch nicht. Haben wir hier schon mal drin? Wer bist denn du? Hallo? Dr. Reed. Ja. Ich bin glücklich, dass du dich wiederholt hast. Guten Abend, Frau Price. Ich hoffe, dass du... Ich bin Dr. Reed. Erinnerst du mich? Dr. Reed? Ja, natürlich. Du bist der Doktor, der mich und meine Mutter heilte. Guten Abend, Dr. Reed. Schön, dich auch zu sehen, Carol. Sind Sie okay? Oh, ja. Ja. Ich habe mich nicht verholt. Ich weiß, wie ich mich jetzt anziehen muss. Ich bin fast ein Kind. Ähm. Warum nachts wach? Warum wachst du? Ich helfe meine Mutter in ihrem Shop. Es ist nicht einfach. Aber ich bin ein Kind. Okay. Deine Mutter muss stolz sein. Ich bin sicher, dass deine Mutter für deine Hilfe ist. Ich mache das Beste, was ich kann. Aber ich bin manchmal so knackig. Ich schraube Dinge. Ich schraube mich. Es ist eine gute Sache, dass meine Mutter die Patience eines Engels hat. So, Arbeit ist nicht leicht. Warum ist Arbeit nicht leicht? Ist etwas oder jemand dich beschäftigt? Oh nein. Die meisten sind mit mir gellig. Aber ich bin manchmal so nervös. Ich bezahle mich nicht und mich schraube. Ich schraube mich nicht. Es ist eine gute Sache, dass meine Mutter die erste Hilfe gelernt hat. Carol Price und Carolyn Price. Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. Erzählen Sie mir von der Epidemie. Was kannst du mir über die Epidemie erzählen? Einige unserer normalen Kunden haben nach London verlassen. Einige anderen. Sie senden jetzt nur ihre Hausmaiden? Jeder schreit die Kontagion. Ich habe sogar Menschen mit Weapons gesehen. Haben Sie keine Freunde? Nein. Herr Nithakut war immer sehr nett. Er war immer sehr nett von mir. Er hat nicht mehr nachgekommen? Nein. Meine Mutter hat gesagt, er war wunderschön. Sie hat immer eine Frau über eine Frau, die in Whitechapel besitzt. Ich frage mich, wer diese Camellia ist. Ähm. Arbeist du gerne mit deiner Mutter? Erinnerst du dich an deinen Vater? Oh, ja, Doktor. Meine Mutter hat mich allein gegründet, nachdem mein Vater stirbt. Wir haben immer zusammen gelebt. Und sie hat immer mich über mich. Erinnerst du dich an deinen Vater? Erinnerst du dich an deinen Vater? Nein. Ich war dann nur ein Baby. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wie stark und gut er war. Denkst du ans Heiraden? Erinnerst du dich an deinen Vater? Jetzt bist du eine Frau? Oh nein, Doktor Reed. Mom always says, I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Ah, das ist aber auch... Das ist schlecht. Ah, ja, die... Das ist eine, die weiß nicht, was sie selber will. Die... Ah, man. Okay. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Goodbye. Will you be right back? I'm still going to get a смерть. I can't for the end of the day.